ja hallo und herzlich willkommen zurück kann man fast sagen zur zweiten folge unserer doppelfolge hier bei den berufen und uniformen hallo zusammen heute soll es speziell um die uniform der landespolizeien gehen und daher sitzt uns wieder mal herr peter gegenüber als experte in sachen beruf in uniform und ja den wollen wir heute befragen zum thema der landespolizeien in ganz deutschland ganz genau wir werden uns ein bisschen langhangeln an dem beispiel der landespolizei in baden-württemberg nichtsdestotrotz sind es natürlich allgemeine informationen die dann auch für die anderen bundesländer gelten genau und damit wir keine zeit verlieren wollen wir direkt durchstarten mit der ersten frage an sie herr peter die erste frage ist erstmal für unsere zuhörer vielleicht auch macht es überhaupt einen unterschied ob wir jetzt von der landespolizei baden-württemberg sprechen oder was heißt das überhaupt für einen gibt es andere landespolizeien wie viele gibt es und was warum betonen wir das heute vielleicht so dass wir über baden-württemberg sprechen ja natürlich gibt es viele landespolizeien so viele wie bundesländer sprich 16 es gibt 16 landespolizeien hat aber mit dem föderalismus zu tun es gibt zentralistische staaten wir sind eine föderalistische nation und dementsprechend hat auch jedes bundesland seine eigene bund seine eigene landespolizei wir werden also vom land bezahlt die tätigkeitsfelder bei der landespolizei baden-württemberg bei der landespolizei berlin oder hamburg sind natürlich gleich jetzt wird mich mal direkt zu beginn der folge interessieren man sieht in den filmen immer da kommt dann der obere von der obersten behörde und nimmt einem den fall weg ist es bei der landespolizei und bundespolizei auch so also gibt es da kompetenzüberschreitungen in denen die landespolizei sagt nee das ist eigentlich unsere kompetenz und dann gibt es da streitereien oder wie läuft das nach das sind so filmsequenzen hauptsächlich amerikanischen filmen wir sind wir sind in deutschland wir haben einmal an das rechtssystem und fälle weggenommen bekommt niemand sondern es gibt aufgrund von der schwere der taten etc natürlich spezialisten die ein kollege von der streifenpolizei vielleicht nicht bearbeiten kann das heißt es muss ein spezialist von der kriminalpolizei oder von einem entsprechenden fachdezernat oder von einer entsprechenden erteilung bearbeiten weggenommen bekommt man nicht sondern man arbeitet im prinzip zu oder hilft den kollegen bei der aufklärung dieser fälle also gibt es da klare grenzen der kompetenzen und dann geht es einfach eine andere kompetenz über genau ganz interessant was für ausbildungen allgemein gibt es denn bei der polizei also bedeutet ausbildung erstmal uniform immer oder gibt es auch verschiedene ausbildungen auf die man sich bewerben kann also bei der landespolizei baden-württemberg gibt es zwei ausbildungsstränge vielmehr es gibt eine ausbildung und es gibt ein studium ausbildung bedeutet dass ich mit mittlerer reife zur polizei gehen kann wenn ich bei der polizei studieren möchte brauche ich entweder fachhochschleife oder abitur den unterschied erkennt man in aller regel an den sternen auf den schulterklappen der polizei jeder weiß dass die polizei sterne auf den schulterklappen hat es gibt blaue sterne es gibt silbersterne es gibt goldsterne man muss sich das einfach so vorstellen blaue sterne ist die ausbildung silbersterne ist das studium und ein masterstudium sind goldsterne schon mal interessant zu wissen das wusste ich jetzt auch nicht werde ich darauf achten jetzt und genau das ist wahrscheinlich auch der unterschied zu anderen landespolizeien dass es da nicht immer mit dem realschulabschluss geht oder dass man nicht immer auch eine ausbildung machen kann zumindest hatten wir das immer so verstanden dass man darauf achten muss wo man wohnt und wie es da geregelt ist oder das ist richtig es gibt länder da kann ich nur mit fachhochschleife das studium zur polizei gehen weil dort gibt es nur die kommissarsnachbar noch aber wir in baden-württemberg genauso wie zum beispiel berlin oder bayern haben noch den mittleren dienst also man auch noch mit mittlerer reife zur polizei gehen kann also macht euch unbedingt direkt schlau da wo ihr wohnt in welchem bundesland auch immer dass ihr euch da schlau macht wie die einstellungskriterien sind oder mit welchen voraussetzungen ihr braucht nicht immer ein abi um zur polizei zu können sondern in manchen bundesländern reicht auch schon die mittlere reife ja was gibt es denn so überhaupt für einstellungskriterien wenn ich jetzt polizist oder polizistin werden möchte wir verlangen natürlich auch gewisse mindest größen in der regel sind es 1 60 wir machen aber auch ausnahmen bis 1 meter 50 wo wir oft probleme haben das hat aber nichts mit der polizei des landes baden-württemberg zu tun sondern es ist ein allgemeines problem mit den gesundheitlichen voraussetzungen die in jedem bundesland gleich sind soll jemand also starke allergien asthma oder solche sachen haben müssen wir leider sagen da ist der wunsch polizeibeamter zu sein leider nicht erfüllbar da der polizeiberuf natürlich ein sehr anstrengender einmal körperlich aber auch physisch und psychischer beruf ist der einiges abverlangt und dementsprechend sollte man topfit sein um zur polizei zu gehen natürlich kann ich nicht als berufsverbrecher zur polizei gehen also man sollte schon eine weiße weste haben zur polizei zu gehen natürlich sollte man auch verfassungstreu sein dementsprechend wird man auch zu einer unterschrift gebeten dass man sich an recht und gesetz hält dass man an die grundordnung glaubt wir haben auch einen modi maß index das heißt man darf bei der polizei nicht zu leicht und nicht zu schwer sein hintergrund von dieser vorgabe ist man kennt ja polizisten im einsatz mit helmen mit einsatzkleidung und so weiter und diese einsatzkleidung wiegt etwa 17 kilo und wenn ich in einem einsatz bin und ich bin körperlich zu leicht oder körperlich zu schwer habe ich natürlich nach ein zwei stunden probleme und ich kann natürlich meine kollegen dann nicht im stich lassen weil ich sage ich pack das nicht mehr das sind also so kleinigkeiten jetzt bin ich da komme ich dadurch ich habe meinen job als beziehungsweise ich unterschreibe meinen ausbildungsvertrag bei der polizei der erste tag beginnt herr peter wie läuft denn jetzt die ausbildung der drei oder die dreijährige ausbildung im mittleren dienst würde ich jetzt mal sagen als beispiel bei der polizei baden württemberg ab man bekommt kurz vor beginn natürlich ein brief wo geht es hin denn die polizei hat in baden württemberg fünf ausbildungsorte man wird natürlich freundlich begrüßt bekommt dann ein zwei bett zimmer zugeteilt das heißt es muss einem klar sein wenn zur polizei geht dass man auf der polizeischule in zwei bett zimmern liegt bekommt dann einen stundenplan und vier wochen später eine uniform denn auf einmal habe ich nicht mehr das problem was ich anziehe sondern jetzt weiß ich ich mache meinen unterricht in uniform und werde dann für ein jahr auf der polizeischule einmal natürlich viele theoretische fächer aber auch praxisfächer unterrichtet bekommen das tolle an der polizeischule ist es gibt endlich mal geld ich verdiene etwa 1200 euro in der ausbildung muss fürs essen etwa 150 euro bezahlen die unterkunft ist nur mit dem geldwerte vorteil von 60 euro wenn man es macht in der jahressteuererklärung anzugeben und dann werde ich wirklich ein polizeischüler in uniform sein ich werde geschult in rechtlichen fragen ich werde natürlich auch geschult mit den dingen die ein polizist am gürtel hat man kennt zwar die waffe aber dass wir auch pfefferspray dass wir hand schließen dass wir noch andere dinge am gürtel haben taschenlampe und so weiter mit diesen dingen lerne ich umzugehen ich mache ein fahrsicherheitstraining und wenn ich mein erstes jahr mit einer abschlussprüfung überstanden bestanden habe gehe ich für ein jahr auf einem polizeirevier das heißt ich werde nun das was ich in der theorie gelernt habe in der praxis vertiefen ein sogenannter praxisausbilder wird mich dieses jahr durch den streifendienst beim polizeirevier begleiten und dann werde ich zum ersten mal in meinem leben auch unregelmäßige arbeitszeiten kennenlernen ich werde schichtdienst arbeiten ich werde zum ersten mal so einen feiertags arbeiten müssen ich werde vielleicht an meinem geburtstag nur einen halben tag frei bekommen auf der anderen seite habe ich natürlich viel freizeit dann auch während der woche nach diesem jahr geht es um ein halbes jahr zur schule und nach zweieinhalb jahren habe ich noch mal eine endgültige abschlussprüfung wenn ich die bestanden habe erhalte ich meinen zweiten blauen stern in der ausbildung habe ich einen blauen stern auf meinen schulterklappen den zweiten blauen stern und dann nenne ich mich polizeimeister das einzige was mir im weg steht immer sind natürlich die prüfungen die muss ich bestehen und gesundheitlich darf natürlich auch nichts dazwischen kommen und dann bin ich polizeimeister das schöne ist mein gehalt schick ist auch einmal auf 1900 euro angestiegen und ich werde dann für zwei oder drei jahre in eine einsatzabteilung gehen entweder in bruchsalter göppingen werde also zu fußball spielen demonstrationen suchen nach vermissten kindern gehen und wenn ich diese zeit vorbei habe komme ich auf ein polizeirevier aber man muss davon ausgehen dass man so die ersten fünf sechs jahre nicht heimatnah verwendet wird sondern dass man in einer großstadt verwendet wird in stuttgart mannheim oder heilbronn was und dem ein horizont erweitert ich werde andere landschaften andere kulturen andere leute kennenlernen ich kann nur von mir reden ich war vier jahre oder fünf jahre in mannheim und sie wissen wie sie hören es hat mir nicht geschadet und was bringt mir dann das studium überhaupt also das studium das studium ist natürlich der unterschied dass ich einmal natürlich nur mit fachhochschule abitur mich für das studium bewerben kann da brauche ich einen notenschnitt von 3,0 die gesundheitlichen und die anderen voraussetzungen sind gleich das studium beginnt auch an der polizeischule für neun monate dann ist ein halbes jahr praxis bei der schutz und der kriminalpolizei vorgesehen das heißt ich bin ein vierteljahr auf einem polizeirevier ich bin einige monate bei der kriminalpolizei denn ich muss mich nach diesem praxis teil entscheiden gehe ich den studiengang schutz oder gehe den studiengang kriminalpolizei an und wenn ich dann noch mal drei jahre studiert habe in fillingenschwenningen bin nicht nach abgeschlossenem studium entsprechend abgabe der der thesis entweder kriminal oder polizeikommissar der titel ist anders die bezahlung ist gleich verdiene etwa 2400 euro und auch in dieser laufbahn wird mein nächster dienstsitz voraussichtlich in stuttgart oder mannheim sein denn es muss jedem klar sein ich gehe zur polizei des landes baden württemberg das heißt mein einsatzbereich ist auch das land baden württemberg unbedingt als rahmenbedingungen immer vor augen führen ich denke das ist auch in jedem bundesland gleich dass man da ja flexibel genug sein muss zumindest im eigenen bundesland in dem man sich bewirbt kriminalpolizei ist so ein stichwort wir kriegen ja auch manchmal fragen gestellt so wie sie natürlich auch unter anderem was muss ich denn machen um in so spezial einheiten zu kommen wie komme ich zum beispiel in die hundestaffel oder wie kann darf ich denn mit nach hause nehmen den hund das ist ja das sind natürlich auch fragen die ich immer wieder bekomme ganz klar wenn ich meine ausbildung beendet habe wird mein erster weg erstmal entweder der streifendienst bei der uniformierten polizei oder der kriminaldauerdienst bei der kriminalpolizei sein denn das sind praktisch die dienststellen an denen ich mein grundgerüst für die spätere eventuelle verwendung lerne damit ich auch weiß was ist auf der straße los was geht an der basis und dann kann ich versuchen meinen berufswunsch sondereinsatzkommando mobiles einsatzkommando rauschgift dezernat mord raub diebstahl wirtschaftsdelikte spurensuche erkennungsdienste dann kann ich versuchen in diese richtung zu gehen das heißt ich habe den vorteil am anfang ich habe ein großes basis wissen kein spezial wissen ich kann dann auch schauen in welche richtung möchte ich mich vielleicht entwickeln natürlich müssen die entsprechenden stellen da sein auf die ich mich als beamter bewehrt man sich auf eine stelle auf die ich mich bewerben kann und dann kann es sein dass ich genau diese stelle bekomme die ich möchte es kann aber genauso gut sein ich muss mehrere anläufe machen damit ich auf diese stelle kommen und jetzt zur frage vom hund natürlich kann ich den hund mit nach hause nehmen das heißt wenn ich jetzt zum beispiel zur hundestaffel gehe soll ich natürlich auch mit hunden umgehen können ich werde also wenn ich mich dorthin bewerbe vom leider der hundestaffel geprüft ob ich mit tieren umgehen kann dann kauft mir das land baden württemberg den hund das heißt es ist nicht mein hund der hund gehört dem land baden württemberg wir haben eigentlich hauptsächlich malinois also belgische schäferhunde als diensthunde mit diesem hund mache ich meine ausbildung mache verschiedene prüfungen schutzhunde prüfung ist es ein sehr guter hund mache ich noch spezial ausbildungen rauschgift gleiche sprengstoff spürhund und im dienst habe ich den im fahrzeug ganz klar fahre ich mit dem und wenn mein dienst beendet ist nehme ich den hund mit nach hause hoffentlich ist ein familie hund das heißt entsprechend entsprechend untergebracht zu hause das land baden württemberg stellt mir einen zwinger das heißt wenn ich zum beispiel zur hundestaffel gehe kann ich nicht nur zwei zimmer wohnungen wohnen sondern ich brauche natürlich auch für den hund das entsprechende gelände wo dieser zwinger untergebracht wird und es muss mir klar sein ich muss mit dem hund auch zu hause arbeiten ja ja das ist super spannend genau und ja deswegen uns würden eigentlich noch ganz viele fragen durch den kopf gehen aber wir sind ja heute weiterhin dabei dass wir sagen kurz und knapp und wir hoffen dass ihr auch lust auf dieses thema bekommen habe selbstverständlich können wir nicht alles klären jetzt im rahmen von unserem podcast so ist es genau herr peter was würden sie jetzt all denjenigen empfehlen die sagen auch mensch ich möchte mehr erfahren über die polizei jetzt egal ob baden württemberg oder woanders was sollten die im nächsten schritt machen also ich würde einfach in der suchmaschine gehen und einfach karriere bei der polizei in dem entsprechenden bundesland wo ich wohne suche da erhalte ich eigentlich alle informationen und auch gleich die links und die entsprechenden hinweise zu den ansprechpartnern mit denen ich mich dann in kontakt setze und die mich dann gerade in speziellen fragen beraten können denn es ist immer so eine webseite ist gut aber wenn ich ein persönliches gespräch habe corona zeiten leider gottes hauptsächlich telefon oder über skype oder sonstige möglichkeiten dann werden vielleicht dinge geklärt an die ich nicht gedacht habe oder ich kann auch fragen stellen die ich mich im chat und so weiter nicht traue jeden fall persönliches gespräch oder halt zumindest ein telefon gespräch immer immer notwendig richtig und ihre stimme kennen ja unsere hörer jetzt schon deshalb wissen sie vielleicht sprechen sie auch mit dem ein oder anderen noch auf jeden fall hat es uns viel spaß heute gemacht ja total die podcast folge aufzunehmen vielen vielen dank herr peter dass sie hier waren und ja dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch uns zu verabschieden genau meldet euch bei uns bei der polizei wo auch immer wenn ihr fragen habt und vielleicht sieht man sich mal auf der straße und wenn nicht bis zur nächsten folge ganz genau bis dann tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020